Sie haben vor zu heiraten oder befinden sich sogar schon inmitten der großen Hochzeitsvorbereitungen? Wir waren für Sie am 21. Jänner 2024 auf der Messe Hochzeitswelt in Salzburg. Auf der Suche nach dem Traumkleid, dem Ehering, schön verzierten Torten oder stimmungsvoller Musik, hier war für jeden Besucher das Richtige dabei. Am 21. Januar 2024 fand die zauberhafte Hochzeitsmesse in Salzburg statt. Ein Ort, an dem Träume zu plänen werden und die Vorfreude auf den großen Tag spürbar in der Luft liegt. Herzlich willkommen auf der Hochzeitswelt Salzburg. Wir sind zum 17. Mal in diesem Bundesland mit der Hochzeitswelt und freuen uns, die führende Veranstaltung zum Thema Hochzeitsvorbereitung hier durchführen zu können. Wir sind erstmals hier im Messezentrum und die Brautpaare stürmen praktisch unsere neue Halle 4, die wir heuer erstmals belegt haben. Heiraten ist in, heiraten ist im Trend und wir bieten mit 74 Ausstellern alles, was zur Hochzeit gehört. Individuelles heiraten, bei uns können Sie das gut planen. Herzlich willkommen und alles Gute für Ihren Hochzeitstag. Die Kulisse der Messe selbst war wie ein Vorgeschmack auf dem bevorstehenden großen Tag. Eine Atmosphäre, die Liebe, Eleganz und unvergessliche Momente in sich trug. Musik Als Veranstalter einer der führenden Hochzeitsvorbereitung, Hochzeitsmessen im Bundesland Salzburg, freut uns natürlich, dass das Thema Heiraten wieder innen ist. Man merkt es an den Besucherzahlen. Der Durchschnittsbräutigam ist ungefähr 33 Jahre alt. Die Durchschnittsbraut, sofern man das so sagen kann, oder das Durchschnittsalter liegt bei ungefähr 28 Jahren. Wir freuen uns über eine große Vielzahl und eine Vielfalt an Ausstellern. Es sind einige Neuerungen wieder dabei und es ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis, die Hochzeitsdienstleister, die einen an einem Hochzeitstag begleiten, persönlich vorab kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen, damit man einfach sicher gehen kann, dass die Chemie passt, dass das Angebot stimmt. Und da hilft der Besuch einer Hochzeitsmesse wirklich, um die Hochzeit perfekt zu planen. Die Messe bot eine faszinierende Vielfalt an Ausstellern, die den Brautpaaren ermöglichten, ihre individuellen Wünsche zu besprechen. Und sie konnten Preise sowie Anbieter perfekt vergleichen. Von exquisiten Modedesignern für Braut und Bräutigam über renommierte Juweliere, bei denen man die perfekten Hochzeits- oder Verlobungsringe finden konnte. Bis hin zu Experten für Hochzeitseinladungen, Dekorationen und traumhaften Brautfrisuren. Hier wurde jeder Aspekt einer Hochzeit in seiner besten Form präsentiert. Die Besucher konnten sich sich von Stand zu Stand bewegen, sich von den Ausstellern beraten lassen und sich für den individuell perfekten Hochzeitstages inspirieren lassen. Die Hochzeitsmesse in Salzburg erwies sich zweifellos als ein unverzichtbares Erlebnis für Paare, die sich mitten in den Hochzeitsvorbereitungen befinden. Aber auch für jene, die einfach nur die Vorfreude auf diesen einzigartigen Tag steigern wollen. Inmitten von traumhaften Brautkleidern, glitzernden Ringen, und kreativen Ideen für die Hochzeitsgestaltung, zeigte die Hochzeitsmesse in Salzburg, dass sie mehr ist als nur eine Messe. Sie ist ein Spiegelbild der Liebe und der Einzigartigkeit jeder einzelnen Hochzeit. Musik 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 Bands sorgten für den musikalischen Rahmen. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für diejenigen, die sich auf ihren großen Tag vorbereiten, sondern auch für alle, die sich von der Magie einer perfekten Hochzeit verzaubern lassen möchten.